ja und hallo wie geht es denn so ich weiß nicht was mit meiner technik heute los ist ob aus irgendeinem grund will die nicht das spiel im vollbildschirm ja im vollbildschirm modus aufnehmen sondern nur im fenstermodus ich weiß nicht warum aber in der aufnahme sieht man ja keinen unterschied auf jeden fall ja eine weitere runde staus wieder wir sind hier letztens auf die hoff basis hot basis gekommen und wie die heißt es ist kalt das spiel hat schöne details und ja ich schaue mal ob es hier irgendwas gibt was ich übersehen habe nein oder nicht ich da bin ich nein ich bin hier letztens okay doch nein nein ok es hört aus weiter geht es ich glaube ich wollte dahin vielleicht nicht mehr toll warten wir mal kurz kaum höre ich auf Stort aufzunehmen geht schon die Welt im Abgrund entgegen weil keine Ahnung irgendwelche Leute dachten sich mal so einfach so just verfahren krank zu werden reiche schon ich wollte die drücken oder das er war gut dreht sich auch zu mir hier gibt es nicht das kann ich nicht kaputt machen natürlich ist der auch ein Vulkan halt bevor ich da reingehe weiter ok geht auch nicht weiter ah Uni oh jetzt sehe ich nur nicht die Namen und die Zahlen denn da drunter äh mit diesem Fenster aber egal mhm hier hin na ah ja die diese türo von wo und Moment da kann ich auch was machen na ähm oh oh das ist ja cool das ist ja keine Ionenkanone alter das ist das sind keine Ionenkanone das ist eine Laserkanone ach du heilige da ist Muni Kanaten weiter ok da geht es auch nicht weiter äh ich nehme die Blutze yeah dunkle Seite vor der Wind achso ja äh nicht eh ist eigentlich noch irgendjemand da sind nein ich muss da jetzt scheinbar runter alles checken alles kontrollieren ah ja also nochmal gut hier ist nix wissen sie ich bin woher wenn du machen ah ja machen sie denn gut einer der besten immer unter den ersten drei und wieso ist dieser nicht das spürtrop als ich den Helm aufhatte konnte ich nichts mehr sehen ich habe einen anderen Kadenten getroffen und gleich noch zwölf schlechten geschottet da warf man mich aus dem Chor das ist hart cool ich halte dass die gleich tot sind hier ist nix nein oh toll jawoll oh der arm ist ab ja es funktioniert super sehr gut geil das ist schildgenerator eventuell wahrscheinlich oh diese 2d pixel details oh gibts auch nur bei stau was soll ich ja eigentlich nochmal was soll ich ja eigentlich äh steuerung äh pension anschauen wo war das nochmal sonstiges ach blank nein Meditation schiff nutzen das ist ja cool links rechts links rechts okay aber wo kann ich denn noch mal finden sie den weg zur ecobasis Wir untersuchen uns den Ort an dem... Ah ja, da war nix, aber hier ist ein Gefahr, das stimmt ja. Oh, warte. Aha! Aha! Die sind gespawnt! Ist da noch so irgendwas? Ein Secret oder ein Geheimnis oder so? Oh. Ein Ali Hop. Nix. Hier irgendwas? Nee, da, nein. Hier. Ah! Ah! Oh, Moment! Oh! Nein! Ist das dein Ernst? Was? Ich hab noch nicht mal die Macht benutzt. Leute, also kommt. Ist da jemand? Ja. Ja, das sind die Druiden, die ihr sucht. Hallo? Ist das... ist das euer Ernst? Hallo? 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 Ja. Nu? Hallo? Ja, schau mal. Ja, Mann! Ey, das... Okay. Nu? Komm, dann zeig mir mal die Mine. Für die Zuschauer, komm. Hau! Hey! Verfolg mich! Ah! Jawoll! Oh! Oh, Leute! Der hat weitererwischt! Ja, gut! Wie viel habe ich davon noch? Oh! Vier, fünf... Keine Ahnung. Ich sag, wir schätzen. So... Wallhack und... Durch. Ah! Ah, ihr habt... Nein! Oh! Wer ist da! Prrr! Pnrrrr! Pnrrrr! Pnrrr! 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 S любов! Das habe ich ja nicht gesehen! Pnrrrrr! Pnr! Pnrrr! 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 Oh, seeds! Oh! kann ich nicht kann ich mich nicht freuen ist schwierig ja eine menge darf also nutze ich die hier war sonst leider nichts nein da auch nichts liegt da was warum verkaufen die mich eigentlich schon längst diese maustruiden als keine ahnung haustiere oder so ich meine sie sind doch ja wohl sehr realistisch oder das ist ja noch effektiver so es gibt mit den puckelpudding ich schaue gerade im fenstermodus auf meinen aufnahmeprogramm und muss feststellen dass ich die zeit nicht gestellt habe moment wie lange lebe ich denn schon auf moment ich stelle mir kurz hier in alarm das ist ja sagen und weiter geht's was bewegt sich da? nix deine mutter? ah ne hey mach aus verdammt wenn sie sich bewegen sind sie noch schwerer zu treffen wenn man überhaupt nicht trifft sind sie noch schwerer zu treffen was war das? ein muni paket oder was? ah vielleicht hier äh der blaster ah hallo ich muss das kaputt machen mit ein schiff kann ich es nicken? ja oh ich habe keinen muni dafür bekommen aber nicht dafür hm pffft pf 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 aha muni das ist wie so'n kleiner boss drauf ho ho oh hallo ha ja action sie haben ein versteck gefunden und was für ein versteck genau was gibt sie zurück zur nicht action da ist also wir haben den signalen bald erfolgen was? bitte wie? gleich spürt sich der marke ton an oder wie? also was ich sagen wollte und der kreisenergie ok das reicht nice genau noch mehr energie genau ich war das eigentlich 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 ungefähr oh hallo er ist da nix lol ich kann die dinger blockieren oh wie cool ist das denn aaaaaaah mehr machine gun action äh machine gun sage ich ja gute frage ja gute frage so wo war der Rest ich schieße mal einfach so ins leere rein mal gucken als würde der hier irgendwo sein unwiesen treiben hm ja ich glaube die ignorieren mich jetzt alle oh oh warte mal warte mal warte mal wenn die da schon alle so schön halt warte haste wenn die da so schön äh schon schon so schön alle da ne bleib kawa bum 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 eieieieieieee ja scheinbar ist dieser schrott noch in betrieb oh ich habe scheinbar ihn erwischt cool falsche tasten äh falsche fähigkeit und reflexe wie ein schnick und feld noch mal warte mal hey 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 oh wow weisen sie sich aus nein wow das ding hat also das packt ja wohl so richtig was boah das ist ja hier voll zu ah ne das ist abgefahren ok ach komm ich nehme das ding ah ich hätte das ding gegen die truiden einsetzen sollen wovor rennen die ich meine im ernst wovor rennen die wovor rennen die 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 o o Na gut, das Ding ist auch effektiv gegen die Typen. Filter. Da, Echo Basis. Was? Oh. Oh gut, hier muss ich hin, das heißt, hier gehe ich noch nicht hin. Das ist eine goldene Regel. Du bist immer zuerst dahin, wohin du nicht hingehen musst. Warum? Um alles abzusuchen. Ja, 15 Minuten sind quasi mehr als 20 Minuten. Das war eine doch leicht abwechslungsreiche Folge. In der nächsten werde ich mal hier reinschauen, da wo ich meine Kartoffeln reingeworfen habe. Und ja, bis zum nächsten Mal.